ja das ist halt das einzig nervige hallo gallert würfel oder ocker gallert besser gesagt gallert würfel bist du ja nicht ja das ist wieder so ein verwinkeltes gewurscht okay die sind ziemlich gier resistent warum triffst du so selten in letzter zeit ich muss mal kurz bei dir gucken du hast doch auch enchanted meid genau magic arrow das hat jetzt auch saumäßig viel gemacht du hast hunger also ist du wert dem kampf etwas ernsthaft warum ist ein echo ist sie so schlimm gerade zur zeit ich habe nichts gesagt ich muss mich nun mal beschweren dann klappt das schon vor allem trastete dann auch viel öfter so eines lack das war ein paar gute treffer das problem ist jetzt habe ich keine lei mana mehr und slag fleisch warum vertraue ich dem labyrinth nicht dass hier nicht irgendwas versteckt ist da wäre schon mal ein knopf noch ein blutschädel okay hat er schon hier drin und kennt er schon da wäre der weg weiter vermutet ich mal schwer habe ich hier was geöffnet nein jetzt habe ich aber irgendwo was aufgehend gehört was ich schwören könnte ich hätte irgendwo was aufgehend gehört hey dark arrow cool cool speck warf cd also das ist bergwacht und das ist ein disziplin spell und ich bin jetzt hier auf der anderen seite von dem ding hier sie haben immer noch keinen weg darunter zu fahren oder anders wieder rein zu kommen gerade das ist jetzt wieder der weg weiter und ja ich probiere den zauber mal aus dumm 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 okay so das sind jetzt dark arrows tainted arrow mhm bin mal gespannt was die so drauf haben naja den weg kriege ich immer noch nicht offen und da liegt immer noch eine schriftrolle drin rum von wo aus sehe ich das eigentlich von da aus du hast bewiesen dass es sehr amüsant ist dir zuzusehen traurig nur dass wir uns niemals treffen werden ja ich hab angst euer schleim und das ist jetzt nicht euer ernst ähm ne 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 Ich bin in einem Raum voll Schleim gefangen. Schleim und Teleportern. Das war wieder nicht so klug. Ah, das war auch nicht so klug. Vor allem, weil sie bald stirbt und wir gerade keine Heiltränke zur Hand haben. Ähm, 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 ähm. So, das war dieser Teil. Aber ich bin jetzt wieder beim Eingang, fällt mir gerade so auf und das Licht wird aus. Das ist natürlich nicht ganz so gut, wenn das Licht ausgeht. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Die beiden sind jetzt auch schon recht angeschlagen. ich muss aufpassen nicht dass ich wieder von hinten irgendwann gekotzt werde und ja mir geht das mana aus da habe ich jetzt nicht aufgepasst habe ich mich nach dem anderen umgeschaut es sind noch drei stück wenn ich richtig sehe und ja ich hätte mit ihr sollte ich mal eine regeneration einwerfen so das hat jetzt wieder böse wehgetan da ist schon mal ein ornament schlüssel ok wo ist der letzte schleim war das der letzte ja ich habe immer weil ich zu schnell gehe auf die blöden druckplatten du bist mir gerade egal ich will gucken ob hier noch ein schleim ist immer wieder ja hallo ihr seid nicht gefährlich und ja der regenerationszauber ist wirklich wertvoll so weg mit dir da wäre der schlüssel für den ausgang hier hat sich was geöffnet ein teleporter wo bin ich jetzt ich bin beim eingang gelandet das ist vorteilhaft also ja ich habe noch keinen weg zu den zwei wegen gefunden was passiert wenn ich hier einen geist autofillage hier in geist garten probiere dann kommt da ist kein geist garten ok das ist jetzt wenigstens praktisch dass ich wieder hier oben bin und ja hier habe ich auch noch eine ganze ecke die ich noch nicht entdeckt habe treppe hoch massiv einsturz all in the fallen rätsel die eisentüre und so weiter ja und hier brauche ich den blauen edelstein nicht mehr den habe ich da ja eingesetzt ups ja das war der falsche weg ich möchte nämlich hier runter wieder so hier muss ich runterfallen also schreibe ich den federfall ein und falle runter ja sehr gut und komm hier wieder durch ja so das war die eine tür da wäre noch eine türe die jetzt wahrscheinlich aufgegangen ist gucken wir mal dahin ja secret berserker bracelet fighter equipment kann ich nicht tragen weil ich kein fighter bin skate cloak missile shield das kann doch zu dir skate cloak kriegst du mal und ja schuriken kriegt sie weg mit der kiste und ja das ist alles voll das bringt uns nichts hat sie eigentlich mittlerweile bei deutsch ja hat sie ja also könnte sie endlich mal das anziehen und das anziehen und das anziehen das anziehen und das anziehen eins Untertitelung des ZDF, 2020